Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch, wie man an diesem Lost Place den Wasserfall, der sehr dunkel war, fotografiert. Dieses Tutorial ist ein Wunsch eines Zuschauers, der mir geschrieben hat, auch ihr könnt mir selbstverständlich schreiben und eure Wünsche äußern. Also es wurde gewünscht, dass ich mal ein Tutorial mache, wie man einen Wasserfall fotografiert und anschließend bearbeitet. Da habe ich mich also auf den Weg gemacht, das ist der Beutenfall in der Sächsischen Schweiz und muss gleich dazu sagen, dass es verschiedene Arten von Wasserfällen gibt, die man eben auch unterschiedlich fotografiert. Man kann auch einen unterschiedlichen künstlerischen Ausdruck reinlegen und die dann auch unterschiedlich bearbeitet werden. Ich habe jetzt hier eine ganz besondere Situation, die man jetzt in dem Foto gar nicht mehr so erkennt und auch in dem Vorspannvideo gar nicht so sieht. Es war dort nämlich sehr dunkel und zwar so dunkel, dass ich eine Belichtungszeit von 25 Sekunden hatte, obwohl ich auf ISO 500 gegangen bin. Dadurch sieht nun das ganze Bild hell aus, als wenn die Sonne reinscheinen würde und das war nun überhaupt nicht der Fall. Es war ein wirklich dunkler Ort. Aber schon das Erste, was bei einem Wasserfall ganz gut kommt, ist, wenn man eine Langzeitbelichtung macht und dadurch diesen Silky Look bekommt. Also nicht jeden Tropfen sieht, sondern durch die lange Belichtungszeit so feine, weichgespülte Strahlen und da, wo es auftrifft, mit der entsprechenden Mini-Gicht, die man hier dann hat, so helle Zeichnung. Das ist ein typisches Mittel, um einen Wasserfall zu fotografieren. Nun ist das ein sehr kleiner Wasserfall und deshalb hat er jetzt auch nicht so eine gigantische Wirkung. Ich finde aber, er hat so eine träumerische Wirkung und die möchte ich jetzt noch ein bisschen verstärken. Und gleichzeitig wieder die ursprüngliche Stimmung zurückholen, nämlich, dass es eigentlich dunkel war. Also wie gesagt, hier ist nebenan ein Lost Place, ein Haus, was eingestürzt ist und jetzt inzwischen durch die Pflanzenwelt erobert wurde. Und ich konnte mich erst gar nicht entscheiden, fotografiere ich mehr das Haus, fotografiere ich mehr den Wasserfall. Denn wenn ich mit einem extrem Weitwinkelobjektiv rangegangen wäre, dann hätte ich eben auch noch das hier oben gehabt, wo letztlich das Wasser ja herkommt. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, und das ist ein weiterer Aspekt, den man in seine Überlegungen mit einbeziehen kann. Oft fotografiert man den Beginn des Wasserfalls mit. Und dann hat man automatisch, so war es dann hier auch in der Höhe, sagen wir mal, war dann auch die Lichtkante. Sprich, da war extremes Licht, wäre oben alles ausgebrannt. Für die Bildinformation wäre das aber gar nicht so wichtig gewesen, denn der Wasserfall wird ja sowieso noch gestört durch diesen Ast. Also ich sage jetzt mal gestört. Also habe ich mich entschlossen, den ganzen Bildausschnitt ein bisschen kleiner zu machen. Und damit wirkt der an sich sehr kleine Wasserfall, also der hat vielleicht eine Höhe von 5 Meter und ist hier sehr dürftig, wirkt der aber kräftiger. Das werde ich jetzt noch so ein bisschen durch den Zuschnitt nachträglich bearbeiten. Also ich gehe mal auf das Zuschneidewerkzeug. Nehme das Verhältnis 16 zu 9 in diesem Fall, das was ich sehr mag. Und jetzt geht es mir darum, diesen Ast wegzuschneiden. Und auch hier unten ist alles nicht so schön, also ein bisschen Plätscherwasser mit ein bisschen Laub. Davon kann ich ruhig ein klein bisschen abschneiden. Und beachte jetzt mal auch diesen goldenen Schnitt, die 2 Drittel Regel, so in etwa. Also das ist mein Hauptmotiv, ist jetzt ja eigentlich der Wasserfall. Aber man hat noch ein zweites Motiv, nämlich den Lost Place. Und ich hoffe, dass nach der Bearbeitung aber auch jeder sieht, dass der Wasserfall das eigentliche Motiv ist. Ich drücke mal Enter und habe es jetzt so mit zugeschnitten und gucke mir jetzt erstmal meinen Dynamikbereich an. Und das geht hier mit der Tonwertkorrektur und sehe, dass hier am Ende eine kleine Lücke ist. Mit anderen Worten, da fehlen ein paar Informationen und das kann ich mit der Tonwertkorrektur angleichen. Also hier sieht man es nochmal, hier fehlt ein bisschen was. So, jetzt nehme ich also den Weißregler und ziehe hier ran. Ich zeige mal, was wir dadurch erreicht haben. Jetzt ist das ganze Bild noch heller geworden, auf jeden Fall. Aber es hat eben auch mehr Dynamik drin. Durch die Komprimierung sind jetzt die Farben kräftiger. Und worauf es mir eben auch ankommt, worauf ich noch weiter eingehen werde, ist, dass das Weiß in dem Wasserfall, das ist ziemlich das einzige Weiß in dem Bild, ist ja hier die Gicht des Wassers, dass das heller geworden ist. So, jetzt mache ich mich daran, wieder die dunkle Stimmung herzustellen, wie sie eigentlich war. Wie gesagt, das sieht ja jetzt eigentlich nach Tageslicht, nach Sonnenlicht aus. Das war nun wirklich nicht der Fall. Also mache ich es dunkler. Dazu nehme ich eine Anpassungsebene Belichtung. Ich ziehe jetzt mal die Belichtung ordentlich runter. Ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber ich gehe jetzt mal ordentlich runter. Man sieht, ich versaue mir gerade meine Tonwertkurve, mein Histogramm. Aber ich will eigentlich nur eine Vignette machen. Und deshalb invertiere ich jetzt die Maske mit Command und I. Dann ist dieser Effekt wieder weg. Nehme mir aber einen Pinsel, Farbe Weiß, volle Deckkraft. Zoome jetzt ein bisschen raus, mache den Himmel, mache den Pinsel ganz weich, aber eben auch sehr groß. Und deswegen habe ich es ein bisschen kleiner gemacht. Dann kann ich hier besser über die Kanten gehen und male jetzt mal so händig im Prinzip eine Vignette, aber eben ein bisschen ungleichmäßig. Also hier dieser Bereich, hier ist relativ viel hell, das will ich gar nicht so haben. Und gehe so ran, aber nicht über den Wasserfall, das mache ich nicht. Und hier so. Gucken wir das jetzt mal in Originalgröße an. Hier ist mir jetzt ein bisschen zu viel reingerutscht. Da brauche ich nur die Farben umkehren mit X. Habe jetzt also wieder einen schwarzen Pinsel und werde jetzt diesen Bereich nochmal kurz mit einem Klick wieder aufhellen. Was das Bild jetzt auf jeden Fall wieder braucht, ist Kontrast. Und zwar Kontrast deshalb, weil hier alles relativ Ton in Ton ist. Und diesen Bereich möchte ich ganz besonders herausarbeiten. Mich stört auch nicht, wenn hier noch ein bisschen Kontrast reinkommt, aber eigentlich geht es mir jetzt hier drum. Und das mache ich jetzt selbsthändig mit einer Gradationskurve. Ich setze mal die üblichen drei Punkte in jedem Helligkeitsbereich. Möchte die Grundhelligkeit jetzt nicht anfassen, das lasse ich jetzt mal so. Möchte aber hier das Helle weiter aufhellen. Also nehme ich jetzt den oberen Punkt und helle den auf. Sondern gucken, wie viel man will. Also ich gehe mal tatsächlich ziemlich kräftig ran. Damit habe ich schon den Kontrast jetzt schon erhöht. Aber ich werde ihn weiter erhöhen, indem ich die dunkleren Werte, die sich nämlich direkt daneben befinden, durch das dunkle Moos, werde die abdunkeln. So und damit habe ich jetzt ordentlichen Kontrast reingekriegt. Und man achtet mal auf das Grün. Das Grün wurde jetzt auch deutlich kräftiger. Also das hat hier jetzt ordentlich was gebracht. Wenn man jetzt einen kräftigen, rauschenden Wasserfall hat, dann kann man jetzt die Maßnahme, die ich jetzt vorschlage, bestimmt vernachlässigen. Aber hier geht es ja darum, das wenige Wasser so ein bisschen mehr zur Geltung zu bringen. Und das kann ich, indem ich es weiter heller mache. Also hier sieht man ja helle Streifen. Das waren praktisch so kleine Rinnenseele, die dann hier drauf geplätschert sind. Und die werde ich jetzt ein bisschen hervorheben. Das mache ich wieder mit Belichtung. Und zwar ganz selektiv. Ich erhöhe jetzt einfach mal die Belichtung. Achte jetzt aber nur auf das Wasser. Der Rest interessiert mich gerade nicht. Jetzt ist mir der Rest eben auch zu hell geworden. Also mache ich das gleiche wieder. Ich invertiere mit Comat und I die Ebene. Nehme mir wieder einen Pinsel. Farbe weiß. Und male jetzt mit der entsprechenden Pinselgröße. Die muss man dann anpassen für den Bereich. Nur auf diese Flächen, wo es geplätschert hat. So, das ist also hier das Offensichtliche. Okay. Aber es ist eben auch ein klein bisschen hier. Ja, und es sind ja die Wasserstrahlen hier oben. Das heißt, ich mache den Pinsel mal jetzt noch kleiner. Klicke einmal. Nehme die Umschalttaste. Und klicke nochmal. Und dann wird dieser Streifen hier verstärkt. Ich gehe mal ein Stück ran. Dann sieht man es wahrscheinlich noch besser. Mache es beim nächsten. Einmal klicken. Gehe nach unten in Richtung Ziel. Umschalttaste. Klicken. Und das ist dieser Bereich verstärkt. Hier ist auch noch einer. So gehe ich jetzt hier. Es sind ja nur ein paar. Nochmal selektiv vor. Auch hier zeige ich nochmal den Vorher-Nachher-Effekt. Also ich finde, es kommt jetzt deutlich besser zur Geltung des Wasser. So, das Moos ist jetzt schon ordentlich grün geworden. Spätestens durch diesen Schritt hier. Bei den Gradationskurven. Man kann es aber noch ein bisschen verstärken. Also hier bin ich mit zufrieden. Aber hier in dem Bereich wirkt es mir so ein bisschen gräulich hart. Also werde ich das Grün ein klein bisschen verstärken. Das geht am besten mit HSL in diesem Fall. Da kann ich nämlich einfach das Grün auswählen. Ich kann auch mit der Pipette auf diesen Punkt gehen. Weil hier nämlich, er geht bis ins Gelbe hinein sogar. Und jetzt sage ich, ich möchte von diesem ausgewählten Farbbereich die Sättigung verschieben. So, jetzt gehe ich ein bisschen hoch. Und das ist in meinem Fall eben eine Geschmacksfrage, wie weit man da hoch geht. Aber ich würde tatsächlich hier bis zu etwa 20% hoch gehen. Machen wir hier vorher-Nachher. Das ist eher subtil. Ich weiß nicht, ob ihr euer Monitor das so zeigen kann. Das ist nicht der Rieseneffekt, aber mir gefällt er. Was mir noch auffällt, ist dieses Laub hier unten und hier oben. Das finde ich eigentlich sehr schön. Hat ein bisschen Herbstfärbung drin. Ist eben aber auch gelb und braun. Da möchte ich jetzt die Farben auch ein bisschen knalliger machen. Das geht mit einer Anpassungsebene. Selektiere Farbkorrektur. Da fange ich mal an mit dem, was gelb ist, bin ich ja zufrieden. Aber daneben ist eben hier so vieles, ich zoome mal ein bisschen ran, ist vieles braun. Aber im braun steckt eben auch gelb drin. Das ist gerade mein Gedanke. Und deshalb gehe ich auf Gelbtöne. Ich gehe also nicht auf Gelbtöne, um dieses Gelb hier zu verändern. Sondern, also das werde ich jetzt auch ein klein bisschen verändern. Sondern um das alles, was nicht so ganz gelb ist. So, ich habe also die Gelbtöne ausgewählt und nehme da den Cyan-Wert raus. Und jetzt sieht man, wie aus dem braun ein etwas gelblich-rötlicher Ton wird. Das werde ich jetzt nochmal verstärken, indem ich mir jetzt die Rottöne auswähle. Und da spiele ich mal, je nachdem was man haben will, mit dem Magenta ein bisschen rum. Dann sieht man nämlich, dann kriegt man ein stärkeres Rot. Also wenn ich es wegmachen würde, dann hätten wir alles gelb. Aber ich will jetzt in dem Fall noch ein klein bisschen Rot dazu addieren. Also so. Ich zeige mal auch hier den Vorher-Nachher-Effekt. Der ist jetzt nicht so riesig, aber ich finde, man sieht ihn. Das war mein Vorschlag, wie man diese Art von Wasserfall nachträglich bearbeiten kann und schon worauf man bei der Aufnahme achtet. Ich zeige jetzt mal einen Vorher-Nachher-Effekt. So haben wir begonnen und da sind wir jetzt gelandet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack. So, bis zum nächsten Mal.